Moin Leute, herzlich willkommen zum Vlog Fürth gegen Dortmund und ich bin einfach dabei, das gibt's nicht. Ich bin einfach bei meinen zwei Lieblingsmannschaften. Ich habe auch zwei Schals an, einmal Dortmund, sieht man hier, und einmal Fürth. Eigentlich wollte ich gar nichts anziehen, mein Dad hat mich dann noch überredet, nimm doch beides, dann zeigst du für welche beiden Vereine du stehst. Wetter, perfekt, man könnte auch eine kurze Hose anziehen, ich habe mich jetzt für eine lange Hose entschieden. Und ja, heute kommen noch zwei andere Leute mit, deswegen muss ich mal schauen, wie ich den Vlog mache. Aber ich denke mal, es wird alles so sein, wie immer. Und ja, bis gleich am Stadion. Liebe Kinder, liebe Grüße! Liebe Grüße! Liebe Grüße! Knie und unsere domestigen Mannschaft für den Flaschenland! Knie und unsere Hostetung! Vielen Dank. 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 Come on. Vielen Dank. Oh. 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 Komm her, boys! Applaus Dank an! Applaus 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 Das Fazit vom Spiel gibt es heute mal auf dem Fahrrad Also ich würde sagen Es war ein sehr sehr geile Spiel Eine sehr sehr geile Stimmung Erste Halbzeit war nicht geil Da dachte ich mir so Digger wenn es so weiter geht Ja habe ich die Spiele 2 gesehen Mein Marco Reus, mein Erling Haaland Mein Jude Bellingham Das sind so die drei Die ich unbedingt sehen wollte und sie sind da gewesen Aber ja Am Ende des Tages ist es dann doch nochmal Ein sehr schönes Ergebnis geworden Würde ich sagen Am Ende wenn man so im Stadion ist Äh Dann ist Dortmund Einfach mehr Liebe weil Es ist halt einfach so Ich bin länger Dortmund Fan als Fürb Fan Hab mehr Verbindung mit diesem Verein Und ja Man muss auch ehrlich sagen oder ich muss auch ehrlich sagen Dass Als Fürth das Tor geschossen hat Da dachte ich mir so Hä Muss nicht sein Lieber so ein schönes zu Null für Dortmund Ja So ist es Gewesen wirklich Und ja Dann Jude Bellingham mit dem Tor das war abseits Kann man sich auch wieder drum streiten Aber ja Zwei abseits Tore Und zwei Tore hab ich drauf Das ist nice Passlack auch mal mit einer Bude Hat sich damit auch nochmal Nicht bewiesen Aber Hat damit auch nochmal gezeigt Ich bin da Ich heiße Passlack Ich kann auch offensiv Und hoffentlich Ja Legt der BVB in den letzten Zwei Spielen sind es glaube ich noch Noch eine richtig geile Performance hin Führt hoffentlich auch in den Zwei-Auswärts-Spielen Und Ja es war das letzte Heimspiel Branimier Guter am Ende des Tages Oder am Ende des Spiels Nochmal Danke an die Kleeblatt-Fans Und so weiter Gesagt Marco Meierhöfer war auch noch da Musste mit Krücken Aufs Spielfeld Aber hat sich auch nochmal verabschiedet Vor der heimischen Kulisse In Bundesliga Nr. 1 Es war eine geile Saison vom Kleeblatt Heute Mehr Borusse gewesen Aber natürlich Auch Respekt vorm Kleeblatt Die wirklich gut gespielt haben Nach dem 1-1 Brand Direkt mit der Bude Auch eine sehr schöne Bude Und Dann ist das Kleeblatt Bisschen eingebrochen Aber ja Schlussendlich geht das 3-1 in Ordnung Und Ja dann würde ich mich verabschieden Vom Vlog Ich bin raus Und tschau tschau Das Ganze bourren Tschau Tch Oh elemento Be lied �